So ihr Lieben, grüß ich, Herr Mischermeyer, Pater, Wolf, Zungscoach und so weiter, bla bla bla. Diesmal wieder der Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und heute geht es um das beliebte Thema, können Männer monogam sein? Und heute oft so gesagt, auch in der Red Pill-Bewirrung, Männer sind grundsätzlich Polygamen und die alten Ureinwohner in Venezuela haben schon Polygamen gelebt und ich weiß es nicht. Es ist natürlich bei Menschen immer eine schwierige Sache, weil bei Menschen natürlich Sexualität stark kulturell überformt ist. Und deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig mit, keine Ahnung, mit irgendwas zu argumentieren, was in der Steinzeit war oder in anderen Ländern ist. Das ist halt schwierig, ne? Außerdem können wir uns ja auch entscheiden, wie wir leben wollen und jeder ist ja auch seinem eigenen Trip hier heute. Ja, wir gehen das heute mal so ein bisschen wissenschaftlich an. Und zwar habe ich mal eine Studie rausgesucht, die ist, ja, von 2015 glaube ich, aber das ist ja studienmäßig sehr aktuell. Stay or stray heißt das also, das sagt man im Englischen immer, stay or stray, also bleiben oder rumschlawinern. Und da geht es darum, welche Dating-Strategie Männer und Frauen erhaben. Es wurde getestet mit amerikanischem und britischem Sample. Ich packe euch den Link mal hier drunter. Und mit sehr interessanten Ergebnissen, die ich persönlich komplett nachvollziehbar finde. Also gut, aber man hat Männer und Frauen genommen und hat die dann erstmal unter so einen Fragebogen unterzogen, ob sie jetzt einen polygamen Approach haben, sag ich mal. Also mit vielen was anzufangen oder ob sie einen monogamen Approach haben. Und gleichzeitig hat man die berühmte 2 zu 4 Finger Ratio oder Fingerlängen Vergleich genommen. Das ist jetzt kein Witz. Es gibt tatsächlich so einen Vergleich zwischen dem Ringfinger und dem Zeigefinger. Der zeigt, wie viel Testosteron der Fötus im Mutterleib ausgesetzt war. Und da gibt es tonnenweise Forschung offensichtlich, was das alles heißt. Also es gibt, glaube ich, schon Hinweise, je mehr Testosteron, ja, gibt es so eine größere Neigung, so einen polygamen Ansatz zu fahren. Ich glaube sogar an Frauen auch. Also Frauen haben ja auch Testosteron. Aber egal. Ich meine, bei Frauen wäre das auch gewesen. Ich habe mir das alles nochmal durchgelesen eben. Und das müsst ihr wirklich mal googeln, 2 zu 4 Fingerlängen Vergleich, was es da in Forschung gibt. Also es ist unter Lesben, unter Schwulen, ist total spannend, wirklich. Also wir sind natürlich auch genetische Wesen. Ich meine, da warst die Maus keinen Faden ab. Also natürlich denken wir immer, wir entscheiden ja alles komplett frei in unserem Kopf. Aber, naja, vieles, ja, ist natürlich auch so hormonell, genetisch, ja, so paragenetisch sozusagen. Also es sind ja nicht immer nur die Genen, die müssen ja auch angeschaltet werden, abgeschaltet werden. Also klar sind wir auch biologische Wesen, Naturwesen, Tiere letztlich, Säugetiere. Also, und hat das einen riesen Einfluss. Aber gehen wir mal zurück zur Studie. Und, ähm, ja, da wurde das halt getestet irgendwie. Wie sieht denn das jetzt aus, so? Und man hat jetzt einmal so einen Fragebogen genommen und einmal eben so einen physiologischen Marker, um zu gucken, kommen da ungefähr gleiche Ebene raus, weil so ein Fragebogen, Papier ist da manchmal auch geduldig. Und, äh, da hat man sozusagen nochmal so einen Biomarker. Und, ja, es kam aber so im Grunde genommen bei beiden, äh, das Gleiche raus bei beiden Markern. Und zwar mehr oder weniger, also es gab einen Unterschied, aber sind das für uns, glaube ich, vernachlässigbar. Und zwar kam raus, dass, äh, 53 Prozent der Männer eher einen Polygamenansatz verfolgen würden, wenn sie es dann könnten wahrscheinlich. Und, sorry, ähm, und 47 Prozent der Männer eher einen Monogamen. Also, das ist jetzt noch nicht so, ich meine, das ist fast 50-50, so, ne? Ähm, und bei Frauen, hm, was meint ihr, was bei Frauen ist? Könnt ihr mal das Video stoppen und, äh, jetzt in die Kommentare schreiben, hm? Hm, 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 hm. Ähm, bei Frauen ist es so, dass, äh, 53, auch nur 53 Prozent eher einen Monogamen haben, und 47 ein Polygamen, also es ist wirklich ein minimaler Unterschied. Ja, es ist die Männer, ähm, also wenn man es jetzt ganz genau nimmt, äh, sind die Männer da ein bisschen stärker vertreten auf dem Polygamen und die Frauen ein bisschen schwächer, aber es ist eigentlich komplett vernachlässigbar. Und das sagen auch, äh, Studien von Elite Pater, der habe ich gerade in meinem Buch verwurstet, ähm, was ich noch bis Weihnachten zu Ende schreibe, ist, aaaaaaah. Ah, 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 und der Lektor hat auch so sein eigenes Tempo. Ah, ah, okay, wir kriegen es auch noch hin. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, boah, scheiß Corona, ey, nein, Spaß, ähm, irgendwie rauen Hals heute. Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr ähnlich und, ähm, genau, die Elite Partner Studie, ja, die eben auch zeigt, dass, äh, es inzwischen so ist, dass, äh, Frauen mehr fremdgehen als Männer, so. Hm, ich weiß nicht. Also, krass, 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 äh, während allerdings, äh, Ehen inzwischen wieder viel länger halten, ne? Also, es ist nicht mehr so, dieser Trend ist gebrochen, dass Ehen so früh auseinander gehen. Ähm, das ist inzwischen deutlich unter 50 Prozent, die Scheidungsrate, so, äh, auch total spannend. Es gibt wieder voll so einen Weg zurück irgendwie. Und, aber Frauen gehen inzwischen mehr fremd. Äh, es gibt nur einen Unterschied in der Altersverteilung. Also, bei Männer verteilt sich das über mehrere Jahrzehnte. Und bei Frauen, äh, die haben so einen Peak, glaube ich, Ende 30 oder so. Ähm, und, ja, davor relativ wenig, danach relativ wenig. Ja, es ist verrückt, es ist verrückt. Aber, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt in meine Paartherapie-Praxis gucke, das ist hopp wie top, ob mal die Frau, mal als die Frau fremgegangen, mal als der Mann fremgegangen. Also, dieses Narrativ, dass, ähm, ja, immer nur die Frauen, die loyalen sind und die Männer immer böse, ähm, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Aber, äh, es gibt ja auch Hoffnung, ähm, für diejenigen, die gerne monogame Beziehungen haben wollen, dass immerhin, ja, fast 50 oder mehr als 50 Prozent auf der anderen Seite dafür zur Verfügung stehen. Und das ist doch auch großartig. Und ganz ehrlich, äh, also, was die Studie jetzt nicht zeigen kann, übrigens, was muss man ganz klar sagen, ähm, ist das jetzt so, dass es ein, also, Trait or State, sagt man immer in der Psychologie. Also, ist es jetzt ein Persönlichkeitsmerkmal, dass jemand immer auf monogam steht? Oder ist es, äh, lebensphasenbedingt? Aber, ähm, Gott, letzten Endes, auf jeden Fall gibt's genug. Und, äh, ich hatte ja neulich auf Instagram auch schon gepostet, ähm, ja, das ist, äh, das Studie aus den 80ern, dass es in Deutschland scheinbar besonders viel bindungsängstliche Babys gibt, oder gegeben hat, die jetzt natürlich auch heute erwachsen sind. Und, äh, über 50 Prozent, äh, müsst ihr mal auf Instagram gucken, äh, ist das ein Post? Das ist Wahnsinn. Also, viel mehr als in anderen Ländern nicht. Das ist halt, woran das jetzt liegt, äh, kann man nur drüber mutmaßen, äh, wird, wurde hier vielleicht, ähm, ja, Kinder dahin erzogen, dass sie überselbstständig sein müssen und so. Aber gut, ähm, das sind wieder andere Themen. Auf jeden Fall, man kommt immer wieder auf diese 50 Prozent, ne, die vielleicht bindungsängstlich sind, ähm, also, ich hätte es natürlich wissenschaftlich nicht korrekt, das alles zu verknüpfen, aber, ähm, einfach interessant, das sich mal zu überlegen, ähm, ja, dass es vielleicht 50 Prozent, die bindungsängstlich sind, vielleicht, äh, das muss ja auch nicht mehr mit Lügen zu tun haben, vielleicht, äh, keine feste Beziehung wollen, letztlich ganz tief drin, und aber auch andere so. Und sollte man auch nicht werten, ich finde, wenn jemand ehrlich ist, kann er so bindungsängstlich sein, wie er will, das ist alles okay, weil man kann ja nur das leben, was man leben kann und will. Und für mich geht es eigentlich immer nur um Ehrlichkeit, nicht jetzt, ähm, zu sagen, äh, jeder muss, äh, 24-7 mit seinem Partner zusammen sein, oder jeder darf sich nur einmal im Monat sehen, also jeder so, wie es für ihn richtig ist, so, ne. Und, äh, eine zweite spannende Sache, aber da werde ich, glaube ich, nochmal extra was zu machen, ich glaube, ich werde die auch mal fragen, ob ich mit der mal ein Interview machen kann, das ist die Dame von, äh, Female Choice, die das Buch geschrieben hat, Female Choice, ähm, auch ein sehr biologischer, biologisches Buch. Female Choice heißt halt so, dass wir im, äh, Menschentierreich auch eine Frauenwahl haben, eigentlich. Ähm, und, ja, dass vielleicht so ein bisschen kulturell überformt worden ist, aber, ja, heutzutage eben diese Überformung nicht mehr so stattfindet, ne, also niemand muss mehr in der Ehe sein, niemand muss mehr irgendwas und dass wir vielleicht dazu stammesgeschichtlich älteren, äh, Datingphasen vielleicht zurückfinden und, ähm, ja, ist vielleicht auch eine spannende Geschichte. Ja, also diese, die heißt, ähm, Maike Stoverock, die hat eine spannende Analyse angestellt, also man sagt ja immer so, ja, für Männer ist es evolutionär, äh, sinnvoll, dass sie ihren Samen möglichst breit verstreuen und dann hat die das mal, äh, durchgespielt quasi, wie ist das jetzt? Also, wenn, nehmen wir mal an, die Gene wollen sich vermehren, was sie natürlich wollen, ne, keine Frage, ähm, was ist jetzt die bessere Strategie? Ähm, ein Jahr lang, ähm, ja, immer wieder eine neue Frau zu suchen, sag ich mal und, äh, mit der kurz was anzufangen und dann wieder, ist man wieder Single, dann muss man wieder eine neue Frau suchen oder, äh, ein Jahr lang ständig mit der gleichen Frau zu schlafen, was ist wohl genetisch schlauer? Und, ähm, wenn ihr das jetzt so hört, werdet ihr wahrscheinlich auch gleich denken, vielleicht ist es doch nicht so klar, dass das genetisch das Schlauste ist, äh, jedes Mal eine andere zu suchen, sondern vielleicht ist es auch, ähm, ähm, für den, für die Gene nicht ganz unschlau auch mal monogame Approach zu fahren, ne, also, aber letzten Endes sind das natürlich alles nur kulturelle Schubladen, wie gesagt, ich finde, wenn, wenn man ehrlich ist, ehrlich mit sich ist, also muss man sich natürlich auch erst mal kennen und ehrlich mit dem anderen ist, äh, dann ist es ja auch letzten Endes gehupft wie gesprungen, äh, dann soll man halt das leben, was man leben will, gell? Ähm, ihr könnt gerade noch so einsteigen in den Adventskalender, letzte Tag heute und, äh, Manifestation-Challenge, ja, die lasse ich vielleicht noch ein bisschen offen und, ja, wir haben uns mal wiedersehen. Musik 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 Musik